Wir waren heute zum Grillen unterwegs und es war einfach mega cool. Bei dem schönen Wetter kann man ja fast nichts Besseres machen. Und vor allem waren Simba, Pumba, Nala und Chiara auch mit eingeladen. Wie ihr seht, die haben auch leckeres Essen bekommen. Für die Papageien gab es Banane und andere Leckereien. Für uns Menschen war der Grill total voll. Also nochmal vielen Dank dafür, es war mega lecker und war ein total toller Tag. Ich hatte natürlich auch Beschäftigung für die Vögel dabei, denn wenn wir so einen ganzen Tag unterwegs sind, will der Schnabel natürlich trotzdem beschäftigt sein. Wir sind zwischendrin auch spazieren gegangen. Fliegen waren wir heute nicht, weil mir die Felder alle zu klein waren, beziehungsweise waren die Strommästen zu nah oder die Straßen zu nah. Und ich bin ja jemand, der lieber vorsichtiger ist. Deswegen waren wir heute mal nicht fliegen. Aber die Papageien sind trotzdem gut ausgelastet, denn beim Autofahren können sie sehr viel sehen und wir waren den ganzen Tag unterwegs. Wie ihr seht, der Hund trägt zur Sicherheit einen Maulkorb. Einfach, dass den Papageien nichts passieren kann. War ein toller Tag.